Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Xenogears. Ich bin es ja im Zimmer Fakes. Beim letzten Mal haben wir hier, ja, ein seltsames Abenteuer hier gestartet. Wir waren der junge Faye und haben hier mitbekommen... Oh, was ist das? Ah, das würden unsere Speichepunkte sein, oder? Der ist schon mal schön. Fall. Und bitte auf der zweiten Save-Karte speichern. So. Beim letzten Mal waren wir erst der gute Faye unterwegs. Wir sind hier... Wo ist es? Oh, da ist mein Fell. Fantasy-Safe-Karte, das ist aber schön. Oder? Nee, Grandia. Ah, schön. 19 Minuten, das kann ja gar nicht sein. Wir, wie gesagt, waren unterwegs als Faye. Haben hier etwas erfahren, was die Hochzeit von unserem... Von unserem besten Freund hier stattfindet mit Alice, die auch starke Gefühle für uns hat. Und wie auch wir für sie. Du siehst irgendwie aus wie Luca. Du bist doch definitiv Luca aus Corona-Trigger, oder? Oh Gott, Gott. Du bist glücklich, du kamst nur am richtigen Zeit. Wenn es um die Memory-Cube geht, dann... ...dont hesitate to ask mir, no one knows better than I do. Ja, ich denke mal, hier kann ich speichern, wenn ich sterbe, aber komm hier wieder. All right, good show. Das ist das Bild. Du bist ja ziemlich smart für ein Artist. Nob-Map-Doors-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears-Ears. Großer Cube. Schöner Cube. To make a long long... Sorry, Short, it is... Wess? What do you think? Wess? Hä? Ich hab eigentlich nix gedrückt, man. You didn't understand well, alright, let me explain once more. Alright, this time, make sure you're listening then. This spining and bobbing thing here is the memory cube that I just spoke about. Fill is the standard side of the cube area and come with the composed open-up. Ja, okay, ich weiß, wie mein Menü öffnet, aber ich find's lustig, man. Okay, um es kurz ist aufwärts, ich komme zu dem ewigen Text. Also klar, außerhalb kann ich auf dem Map speichern. Und in den anderen Städten kann ich eben nur an Safe-Code speichern. Und jetzt ist er explodiert. Und wir sind alle tot. Happy End. Okay, dankeschön, super. Ich hoffe, einer erklärt mir auf das Gameplay so. Well, even a two-year-old Dengaran-Monkey could understand my fantastic explanation. 120%, right? Besonders 120. I'm just a genius. Okay, uh... Alright, now for the Explanation-Fee. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Was? Alter! Das ist ja malig. Gut, ich bin der Village Consultant. Aber der Drift-Wilder-Chief weiß noch viel mehr als ein Idol. Aber der Chef ist ein riesig, busy Person. So ich bin in charge of answering some of the more mundane questions. Also, Montro. Also, special for this week, we are lecturing on the Technique Martial Arts Self-Defense. Would you like to learn about it? Okay. Alright then, allow me to explain our Battle Commands. During Battle, there are two groups of commands you can choose from. You can toggle between groups with the left and right direction button. The first group includes the most frequently used attacks, defense, and shee-options. The second group contains special commands such as combo escape and so forth. You fight by skillfully selecting from the two groups of options the actions that best suits your circumstances. Normally, you should be able to get by with your first group of options. The item option is in both sets, so you don't have to switch groups to use them. Well, that pretty much is. Okay, also. It will be right, it will be umfangreich, and yeah, it will be something different. So, let me just surprise you. I see, I see. You wish to inquire about defense. Well, allow me to begin. By choosing defense, you can halve the damage my opponent does to you. Fighting is not just about being on the offenses. At the time, it pays to hold back. When you find yourself in a pinch, it may be a good idea to leave the attacking up to the other party member and simply choose to defend yourself from the enemy attacks. Good. Das macht Sinn. Also, halben Schaden, wenn wir verteidigen. Gut. Und wir sollten dann nicht immer offensiv angreifen. Macht Sinn. Dann haben wir Action Points. Jetzt wird's richtig. AP, oder? Ja, ja. Gibt's aber einen Fake Grund, oder? I knew you were going to ask me about them. Well, then, allow me to then explain about Action Points. There are three kinds of attacks. Weak, strong, and fierce. Each using a set amount of Action Points when performed. When all of your Action Points are used up, your turn will end. Conversely, as long as you have Action Points left, you may continue to attack. In other words, Action Points represent how many attacks you can perform in one turn on combat. In mainly, you will only start off with three Action Points. Higher, as you increase in level, your Action Points will increase accordingly. The secret in putting a good fight lies in how you utilize your Action Points, what strings of attackers you use, and in which order you dished them out. Also, okay, we have, like I said, three Angriffspunkte at the beginning, but we'll get more. And that these three, if you're going to die, are going to die Gegner. So, now it's going to be an interesting attack, and then we're coming, and then we're ready. My, are you all then? Okay, then, another intellectual. Also, come. I'm sure you already know that there are three types of attacks. Weak, strong, and fierce. Each of which uses a different amount of attack points. The fierce X-Button use up three points in a single blow. Hence, if you only have three attack points, all will be used up in the fierce attack. The weak attack, Triangle, will use one per blow. So, with the three attack points, you can attack the same enemy three times in rapid succession. The strong attack, Square, button uses two points per blow. So, if you got three attack points, you can combine one strong with one weak attack in total of three points. It is possible to continuously press the X-Button to keep up ladering enemies from one fierce blow, but you may find that, uh, relying on that will have real process later. Machsinn, den einfach mal und truff hauen. Oh, schade, ich dachte, es wäre so ein Spiel. Truff, 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 alle Gegner platter hauen. Oh, die combo-option. Ah, I didn't expect you to ask about it. Well then, allow me to explain the art of combo. When you use the attack option, there are times when you're not used up all your action points. Such is the case when you eliminate an enemy by using only a fraction of the total points, or when you cancel midway through the attack turn. Action points which don't get used are stored in the AP counter. When this AP counter stores up a certain amount of points, you will become able to use combos. Combos are a rapid series of death blows that lose all the time, one time. And they tend to be rather fierce, says. Any, uh, foe on the receiving end of a combo will likely die. Allow me to experience that you probably won't be able to do much combo damage, but in time you will be, uh, become able to do some devastating combo maneuvers. Okay, also, sehr interessant, ähm, im Endeffekt ist das auch gut, weil wir haben nämlich einen Auftrag hier bekommen, und zwar von, äh, der Wetten Alice, und zwar sollen wir den, äh, hier, zuck, raus da, äh, wuss, äh, ach so, ich dachte, ich bin über, über das Haus gestürmt. Ähm, wir sollen nämlich den Doktor hier finden, und der ist außerhalb des Dorfes. Äh, man nimmt jetzt auch gleich, man. Welcome to the village of La- Oh, it's your, Faye. Oh, don't worry, we already consider you a prop member of La-Hunt, community. It's about finding a wife and settling down in our village too. I'm sure you left a peaceful life here. Memory will be bound to come back one day. Nein, ich gehe auf Abenteuerreise. Ah, ne, da kommen wir her, okay, da müssen wir nicht rein. Ja, dann haben wir eigentlich sowas da das abgesucht, oder? Was gibt's hier noch? No, 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 don't waste perfect food like that. Oh, jetzt bin ich drüber getrumpelt, da. Äh, äh, it's your, Faye, what do you want. Finally, I've become able to live in peace. And this way they'll probably live to be a hundred. Oh, ha, 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 ha. Und ich weiß ja nicht, ob die Charaktere schon fertig sind oder nicht. Ich hab nur das Gefühl, also ich würde mir wünschen, dass die Kamera noch ein bisschen weiter nach, ähm, oben zeigt. Also, ich zieh manchmal ein bisschen schlecht, zieh man nach vorne. Also, verlassen wir jetzt endlich das Dorf und jetzt geht es endlich los hier mit der World Map. Acht Minuten haben wir das Tutorials angehört. Gut, dann hab ich natürlich nicht die geringste Ahnung, wo wir hin müssen. Jetzt haben wir mal gedacht, da hinten irgendwo, oder? Also, unser erster harter Kampf. Lassen wir uns überraschen. Okay, I'm ready. What's up? Also, Attack und... So, schönes Kombo. Ha! Attack. Zack. Oh, das war Fierce Kombo, das hat natürlich schön keinen Schaden gemacht. Hopgop. Okay, wir gehen hier sehr schnell Game Over. Fiese Hopgop. Darum müssen wir uns nämlich natürlich jetzt gewinnen, Random Encounters. Deswegen, ähm, ich glaube, es ist das erste richtige Banner-Rollenspiel, was wir spielen, was klasse ist, diese Random Encounters. Besonders auf The Plates of the Nights ist es halt lustig, weil, ja, Ladezeiten dann doch ein bisschen länger sind. Ähm, ich hab keine Ahnung, wo der Doktor ist, um ehrlich zu sein. Aber ich denk mal da hinten. So, Mountainbeth. Da, wo, äh, der Mountainpfad ist. Eigentlich wussten wir das. Ich dachte mir ja auch in Mountain, wieso lauf ich zu mir, aber okay. Aber man sieht natürlich, es ist ein PS1-Spiel. Das heißt, die Ladezeiten sind immer ein bisschen länger. Also, wenn man es besonders mit Super Nintendo-Spielen vergleicht. Äh, bei Super Nintendo, da war das ja im Endeffekt so, du hattest keine Ladezeiten. Was natürlich, ähm, bei Spielen wie Final Fantasy VI oder Crown Trigger, was ja auch auf der Playstation 1 später erschienen sind, äh, doch zu spüren ist. Und mich nervt, dass das mir immer alle meine Save-Games anzeigt. Aber ich find, die Ladezeit ist so geil, man. Das sieht so cool aus. Das macht schon wieder wett. Also, gut. Dann geht's ja los und dann shoppen wir uns einfach mal. Duh, 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 duh. Hey, der Kampf hat sich vorher schon angedeutet, man. Da war schon bevor, äh, bevor der Kampf, äh, da war, war die Musik schon da. Also, Attack. Ich greife jetzt erstmal den an. So, ich mach jetzt Dreieck und Vierieck. So, 20 Leben, okay, gut, dann ist er tot. Und die Gegner da drüben, können die mich überhaupt angreifen? Ich würde irgendwie gerne den da oben angreifen, aber... Oh, mir geht das nicht. SIGGABÖM! Ein Schaden, das ist gut. Aber die in der Overworld machen wir einfach mal 10 Schaden, man. SIG, 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 SIG! Wupp! Wamm! Also, aktuell, es lohnt sich im Endeffekt auch nicht so, für Kombos jetzt im Endeffekt zu sparen. Weil, wie gesagt, ich kann ja, also ich kann ja jetzt nicht mehr Moose beim nächsten Mal ausfüllen. Nun gut, ähm, schauen wir uns mal hier den Screen an. Also, wir erhalten vier Erfahrungen. 13 haben wir jetzt. HopJerky. Kommen wir zu essen? Ich hoffe es mal. Aber die Musik taugt mir schon sehr. Also, das muss ich gleich mal hier zum Anfang erwähnen. Es hat sehr schön, das Soundtrack, habe ich ja schon mal gesagt, ist der Chronic Accompany. Oh, und jetzt kommen wir zum schönen, jetzt kommen wir zum schönen Gameplay. Oh mein Gott. Okay, das geht nicht. Das geht nicht aus gut. What the hell? Den ist ein Wegweiser, okay. Der Gussige Haus ist over the bridge, and up to the north. Ah, Alter! Das ist dummartig. Ich wusste ganz genau, dass das so laufen wird. Also, ich mache jetzt mal nur ein Viereck-Kombo. Dank natürlich jetzt nicht, um den zu besiegen, das habe ich mir fast gedacht. Achso. Na, äh, Kreis, aufhören. Lang nehme ich, okay, sehr gut. Die machen wir nur einschrauben, man. Also, das war echt ein Fehler, in die Oberwelt zu gehen. So, aber das bringt mir jetzt im Endeffekt nicht. Zack. Das bringt mir jetzt natürlich nicht viel, weil, ja, ich, äh, aktuell noch nicht keine großen Kombo habe. Also, aktuell das Einzige, was ich machen kann, ist draufhauen. Ähm, aber genau das war das, was ich, äh, hier, ich habe mich ja ein bisschen hier vorbereitet. Ähm, natürlich den guten Greg, wer den kennt. Also, Gregor's RPG-Höfen, dem ich auch natürlich danke dafür, dass er mir immer mit neuen RPGs hier beglückt. Ähm, habe ich seine Top 100-Liste gesehen, der besten Japaner-Rollenspieler, und da hat er ja unter anderem das Spiel vorgestellt. Und, ja, dort, äh, hat er ja auch dann gesagt, dass, äh, es ein Klassiker ist, dass er aber einige Probleme hat. Jetzt hat mir wieder 10 Leben geklappt, man, er lübt schon, man. Schmisch es, man. So. Und, äh, besonders, äh, das hat er auch nämlich in seinem Reworkant, äh, auch gemerkt, dass wenn, äh, das, dass man halt, während man hüpft, ein Random Encounter, äh, bekommen kann. Man sagt, ich habe mal nice, dass man, wie ihr gerade schön gesehen habt, man, ich hatte einfach keine Chance, irgendwas dagegen zu machen. Weil, ihr seht, die Random Encounters, die beginnen ja nicht direkt, wenn man, ähm, beginnen halt nicht sofort. Man hört immer so kurz davor schon, wann, wann sie beginnen, wann sie nicht beginnen. Das ist, weil, das ist echt nett, man. Wer bist denn du? Oh, es ist ihr, Faye. The cliffhedge collapsed from the heavy rain we had recently. You're a red, Faye. You can do it a big jump to get across. But I'm too scared. Ah, was ist ein big jump? Laufen und hüpfen. Oh, you forgot. A big jump is done by pressing the triangle button while running with the circle button to head down. You can jump much further with a regular jump. Faye, you never have any problems. It's not fair. Ha, ich bin so gut. Ach so. Mir fällt gerade auf, ich hätte eigentlich hier links lang gehen können, dann hätte ich mir, ich hätte mir sparen können, da rumzöpfen. Aber okay, gut. Weißt du, ihr hört es. Also, die Musik setzt schon aus, und dann kommt erst ein paar Sekunden später, das ist irgendwie doof. Also, Defend-Item-G. Keine Shot, aber ich mach das jetzt einfach mal nicht. Die sind ja eh nach einem 4 kaputt. Meine Frage ist, wenn ich jetzt hier meine Kombos aufrechterhalte, dann, ähm, das müssen wir, da müssen wir uns natürlich noch reinfinden. Klar, das müssen wir jetzt nicht am Anfang des Spiels machen. Aber meine Frage ist, ob, ähm, ob dann sich auch der AP-Balken dann schneller auflebt, weil das ist natürlich dann essentiell immer. So, meine Frage ist, ah, okay, da gehen wir so runter. Kistel. Ist es jetzt ein Kistendemon, oder ist es jetzt nicht ein Kistendemon, Mann? Verdammt, das ist ein Spearspiel. Es muss ein Kistendemon sein. Aktuell mein bestes Kombi. Oh, oh. Oh, zwei Schaden. Aber die eine mit dem HP Absorb, Mann, die machen wir einfach so hart zu Schaden. Das ist voll wies, Mann. Alle anderen sind echt easy, Mann, aber dieser HP Absorb, wenn der mit zehn, äh, Ding macht, ich mein, das sind fünf Töffer, leider im Endeffekt. Diese andere mit ein, zwei Schaden, ist ja voll in Ordnung. Welch Level 3, Mann. So, received. Ah, was so. Na toll. Heil, die Tim, dafür, dass ich mich heilen kann, weil ich hier, weil ich gegen die Gegend kippt habe. Aber was mir, äh, sehr gut gefällt, äh, es haben sehr wenige. Ich hab schon wieder gehört, dass die Musik aus, äh, die Tauben, Mann. Ähm, ist die Tatsache, dass man, ähm, oh, was ist bei dem Blatt? Ist die Tatsache, dass man, ähm, hier in dem Spiel, oh, sie können mir nichts antun. Oh, seid ihr scheiße. BAM. BAM. Kommt's langt. Äh, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ach, ne, dass man laufen kann. Ich finde, das ist eine super coole Sache. Ähm, viele, besonders ältere Rollenspieler, merkt man halt, mach nicht mehr so die Laufgeschwindigkeit, so gering. Also, wir haben ja auch, Frontlook hab ich auch mal aufgenommen. Ich hoffe, es kommt noch was mit Space. Da ist das nicht so. Ich hab auch schon den Laufgeschwindigkeit, aber manchmal bei älteren Spielen hab ich echt das Gefühl, die laufen halt einfach mit zwei kmh durch die Gegend und das kann halt doch ein wenig nerven. Das ist der Doktor, das ist der Usukis Haus. Okay. Auf nach oben. Auf nach oben. Gut. Haben wir so einen Brennanmengkauter oder wollten wir die Spiele nur ärgern? Haben wir die nicht zur Occasion? Wir hüpfen halt einfach ein bisschen durch die Gegend. Passt schon. So. Der hat sich eine Hütte gebaut hier. Ein bisschen seltsam. Ein bisschen abstrakt, aber okay. Übrigens, wir haben nur so in dem Nebensatz eigentlich erfahren, dass wir Maler sind. Nein, nein, nein! Ich hab's nicht gedrückt, ihr müsst es mir glauben, liebe Leute. Ich wollte euch kein... Ich wollte euch nicht... Ah, jetzt haben wir noch einen Kaffee, oder? Ich lach so sehr, man. Also, Wolfi, oder? 4-3-Kombi ist das Beste. Das ist am stärksten. Es ist sehr störend, dass man nicht sieht, wie viel Leben die Gegner haben. Weil ich meine, ich könnte schon super gut absehen, was ich Schaden machen muss, aber so habe ich im Endeffekt keine Ahnung, wie viel ich drauf habe. Ich meine, theoretisch könnten die 20 Leben haben und ich... Oder 10 Leben haben und dann würde ich sagen, wie lange ich den Standarschlag machen würde. Und übrigens 53 ab... Oh! Gleich ein Level ab. Aber ich wollte gerade sagen, schauen wir mal, wie weit wir schon vom Level sind. Aber okay. Jetzt haben wir Level 3. Ich glaube, maximal Level in dem Spiel ist Level 10. So wie das erste Üs. Das hat mir gefallen. Level 10, maximal Level. Interstick, all accepted. Come on in, but no disease, please. Die stinken. Die stinken. Okay. Oh, was bist denn du für ein... Was ist denn hier für Tierchen? Ich habe hier Banks für euch. Alter! Das ist... Das ist... Oh! Was ist denn das cooles? Ein Flugroboter oder so? Ja, hammergeil, Mann. Ja, wir haben ja im Intro hier gesehen, dass... Ähm... Dass, 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 dass... Äh... Hier, ja... Also wie gesagt, Space Battle, das alles möglich ist. Und es ist ja auch... Auch wenn es hier also dörflich ist. Es ist ja nicht eine Zivilisation, die jetzt irgendwie... Also noch in der Agrargesellschaft ist. Wir haben ja gesehen, also wenn wir schon eine Kamera holen müssen, ist das ja im Endeffekt schon logisch. Aber wie weit technologisch die hier sind und ob es ja auch mit Space Schiffen in der Gegend rumfliegt, das wissen wir natürlich noch nicht. Oh, Faye, welcome! Hallo, Yui. Where's Doc? My husband is tinkering with the junkyard in the background. I should have guessed. Doesn't he ever get sick of playing with that stuff? Well, okay then. I got us in the background and see if I can find him. Hi, Midori. It's nice to play outside. How about we feed the birds later? Midori mag uns nicht. Okay, Midori mag uns nicht. Du hast gar nicht meine fünf Gefühle verletzt. Kein Stück. Ah, ja, dann müssen wir wahrscheinlich doch tun. Where are you, Doc? What? Hast du schon die eine Vision, die wir hatten? What's going on? Ah, this is not good. Why do they use such inferior parts? Das ist ja wider intervention strat. Doc! So, that's where you are. Oh, Faye. Good to see you. Are you alright, Doc? What are you doing all the way up there? I thought I would try to restore the land grab. Oh, and the explosion was nothing to worry about. It happens all the time. Irgendwie ist das kein gutes Zeichen. Could you wait a little while? I'm just about ready to call it a day. Oh, yes. There is something interesting in the storeroom. Why not take a look at it? Okay, Doc. I will. But please hurry up. I will go back before you know it. Dann gehen wir gleich da rein, aber davor würde ich, wenn es mir erlaubt ist, dann hochhüpfen. Ist doch auch sicher was, oder? Und wenn nicht, dann können wir zumindest hier die schöne Location bewundern. Ich suche nach versteckten Items eigentlich. Eigentlich will ich sie nur ausrauben. Ihr kennt mich doch, Mann. Komm. Ich komme hier an der Lampe vorbei. Ah, schön. What? Okay, bringt mir das, was ich jetzt hier bin. Fahnsinn, hinten pin man nicht. Haha. Ich weiß doch, dass wir unseren guten Freund hier beklauen. Okay, jetzt sind wir wieder bis da unten, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Weg da, Vögel. Was bist du für ein Mutantenvogel? Fahnsinn, oh ja, liebe Leute, wo sind denn hier die Items alle, Mann? Das ist ja super. Es sieht immer so aus, als würde er sich festhalten. Droneboop! Jetzt wollte ich gerade die Frage stellen, gibt es in dem Spiel Fallschaden? Wenn ja, hätte es jetzt mir getan. Haha. So, das ist, was Doc was talking about. Let me see. What's so interesting about it? What is this? What do you think? Not bad, huh? Doc? Doc. Hello again, face! Sorry to have kept you waiting. Music is a mysterious thing. Sometimes this makes people remember things that I do not expect. Many thoughts, feelings, memories. Things almost forgotten. Regardless of whether the listener desires to remember them or not. Doc, what is this? It was excavated from some old ruins and is still under repair. Obviously it's an audio device of some type. Long ago, people would listen to this melody just as we were doing now. At times they would have been cheered up while at times they would have been made to cry. By the way, what brings you there here today? Oh yeah, that's right. Alice asked me to borrow some camera equipment from you. Oh yes, our wedding is tomorrow, right? Unresolved. Well, we had better get them ready then. Oh, and Dinah should be here ready soon. Would you like to join us? Whatever. I was hoping you could ask. I still have some cleaning up to do out here. Would you mind giving a military some company back in the house? Okay. Take your time, Doc. I go ahead and eat when Dinah's ready. Go right ahead. But I will not be held responsible if you eat a stomach from eating my wife's Juri's cooking. Doc, I feel strange when I listen to this music. I feel something warm inside. That may just have been because you have someone living inside of you. And the he too must have liked this music a long time ago before he became a part of you. Is Timothy and Alice's wedding really tomorrow? Might it actually be better to live an ordinary life in this condition as a son of man? Well, anyway, I suppose I'd better just the gyro at least. Er weiß was. Huh? Huh? This cannot be. Is... Is this an omen? Now, what is going to happen? Ich find die Präsentation echt super vom Spiel, wirklich. Hm, that was good. Your cooking never falls to impress me, Yui. Thank you for such a delicious meal. You're welcome. If you like my cooking that much, then I'd be happy to cook for you anytime, Faye. I'll bring the equipment you need to the village tomorrow morning myself. It does not exactly make me feel comfortable to have you handle such delicate instruments, I'm afraid. Where have I heard that line before? That's all right. By me. Well, I'll see you tomorrow, Doc. Good night, Yui, Midori. Good night. We're looking forward to tomorrow's wedding. Well, good night, Doc. Yes, good night. Oh, Faye. Please be careful. I mean, the path is dangerous when it is so dark. What's wrong, Doc? There's nothing to worry about. Well, anyway, I'll see you later. See you tomorrow. Okay. Eigentlich würde ich äh, Entschuldigung, eigentlich würde ich ganz gerne nochmal schauen, ob wir das, ähm, Stethoskop poliert schon sein. Das Fernrohr. Und so anschauen können. Ähm, der Status ist irgendwie zerbrochen und, ja, wir wissen ja im Endeffekt schon mehr oder weniger, was passiert. Was dunkles und was düsteres. Was ganz, ganz Schlimmes, Mann. Komm, kannst du denn nicht hochsteigen so? Hä? Dann muss ich vielleicht aus der Kamera drehen und jetzt kann er nach oben gehen. Kann man da durchschauen? Nee, oder? Schade. Aber man hat trotzdem mal eine schöne Aussicht hier. Jupp. Was war nochmal hier drin? Ich muss mich hier einfach umschauen, liebe Leute, Mann. Ich hab, also wir wissen, irgendwas ganz Schlimmes passiert jetzt. Irgendwas richtig, richtig Schlimmes. Es wurde uns ja so hart angedeutet. Und die Frage ist noch was? Achso, das ist nur der Kamin. Ich dachte jetzt hier, brodelt schon irgendwas. Weil, ich mein, wir haben ja schon gesehen, dass irgendwas Schlimmes ist, aber was es genau ist? Keine Ahnung, Mann. Ich will ehrlich gesagt nicht weiter, Mann. Ich befürchte, Schlimmes kommt auf uns zu. Nun gut, liebe Leute, leider müssen wir aber trotzdem zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Let's Play Xenogues. Oh. Schön. Ich dachte, ich hab irgendein Item bekommen. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.